Guten Morgen, liebe Gefährtinnen und Gefährten der Buddhas und Bodhisattvas. So haben wir das heute Morgen gehört. Das hat mir gut gefallen. Wie es den Begriff Buddhismus gab, nannte man uns Freunde des Buddha Dharma. Und ein großer Schüler von Buddha, Mahamogalyana, hat uns immer adressiert als Freunde, die gemeinsam den Pfad des edlen Verhaltens gehen. Ist das nicht alles schön? So zusammenzukommen, ist mir wichtig, das auszudrücken, tun wir als Gemeinschaft. Als Menschen, die einen spirituellen Pfad miteinander gehen. Manchmal brauchen wir den Ausdruck Sangha dafür. Sangha heißt ganz einfach in diesem Kontext, Menschen, die zusammenkommen. Aber die unter einem bestimmten Aspekt zusammenkommen und die etwas miteinander teilen. Die etwas Gemeinsames haben. Und deswegen ist dieser Tag so etwas Besonderes. Wir nennen ihn Tag der Achtsamkeit. Das ist mir eigentlich zu wenig. Jeden Tag erinnern wir uns daran, es ist ein neuer Tag in Achtsamkeit möglich durch ihn gehen. Also ist jeder Tag ein Achtsamkeits-Tag. Für uns jedenfalls, oder? Also dieser Tag ist schon etwas Besonderes. Wir kommen zusammen als große oder größere Gemeinschaft. Wir bringen unsere Energie der Achtsamkeit zusammen. Wir teilen sie in stillen Zeiten. Wir teilen das eventuell in Dharma-Gesprächen, Dharma-Diskussionen, was unsere Einsichten sind. Wir rezitieren die Achtsamkeits-Übungen, die Shilas, die Geistes-Trainings. Wir teilen miteinander ein stilles Mal. Wir haben gemeinsam Gehmeditation. Das ist etwas ganz Besonderes. Und es ist ein Fest. Und so wurde es früher auch gesehen. Dieser Tag, so wie wir ihn hier gestalten und wie wir ihn leben, geht zurück auf viele, viele Jahrhunderte vor uns. Das möchte ich euch gerade noch verdeutlichen, wie es für ein besonderes Geschenk ist, dass ihr zusammenkommt und diesen Tag miteinander feiert. Als der Buddha lehrte, lebte und um sich herum eine Gemeinschaft sammelte von Mönchen und dann später auch von Nonnen, war es in seiner Zeit eine starke religiöse und spirituelle Energie. Viele Heilige, Sadhus und Gelehrte waren unterwegs. Buddha war einer von ihnen. Und bei allen war es üblich, zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Abständen, an bestimmten Tagen, ein Ritual durchzuführen, eine Feier durchzuführen, ein Opfer zu machen, so wie es heute in hinduistischen Ländern immer noch der Fall ist. Buddha lehnte das ab. Er war ja gegen Rituale. Und diese Vorstellung, die dahinter steht, dass wir durch Rituale und durch Opfer weiterkommen können. Aber dann hat ihn sein großer Mäzen und Freund, König Bimbisara. Ratschkir war die Hauptstadt des Königreiches und Buddha war sehr oft in der Nähe des Königs. Und der König war auch ganz begeistert von der Gemeinschaft. Wenn er die Mönche in Ratschkir sah, dann fühlte er sich direkt mit dem Buddha verbunden. Thay erwähnt das sehr oft, dass er sagt, dass König Bimbisara sagte, wenn ich deine Mönche sehe, dann sehe ich dich. Das ist unsere Message, das ist unser Auftrag. Wenn man uns sieht, sollte man mindestens Thay dann sehen, Minimum. Buddha kriegen wir noch etwas später. Buddha hat sich das dann überlegt und hat gesagt, okay gut, ich führe zwei Tage ein im Monat, den Vollmond und den Neumond. Und an diesen Tagen werden meine Mönche die Shilas, ihre Gelübde, die Pratimoksha-Vaus, also ihre Gelübde, also ihre Regeln wiederholen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und so wurde das gemacht. Und für diesen Tag durften dann Laien, also Menschen, die nicht ordiniert waren, diesen Mönchen und Nonnen Nahrung bringen. Aber sie waren natürlich nicht bei der Rezitation dabei. So wie in Plambilic, wenn die Mönchen und Nonnen die Pratimoksha lesen, kein Laie dabei ist. Diese Form ist heute noch im Buddhismus üblich. Und wenn ihr in Sri Lanka, in Thailand oder in all diesen Ländern seid, gibt es immer nur diesen Uposata-Tag. Tag am Vollmond und am Neumond. An dem Tag rezitieren die Mönche und Nonnen ihre Regeln. Und am Abend vorher können auch heute in Thailand und Thailand Laien dazukommen. Sie unterstellen sich dann den Shilas, den fünf Shilas. Sie tragen weiße Kleidung. The white-clad disciples, die weiß gekleideten Disciples, klassisch im Buddhismus. Manche übernachten sogar im Kloster oder liegen außen auf den Höfen und haben dann die fünf Achtsamkeitsübungen, also die fünf Shilas, praktiziert. Und bringen dann dem nächsten Tag den Mönchen und Nonnen Nahrung und Geschenke und solche Dinge. Denn es heißt, als Nicht-Ordinierter ist das erste größte Verdienst, was man machen kann, ist in der Nähe von Ordinierten zu sein, also das Dharma aufzunehmen, zu sehen, wie es praktiziert wird und die Sangha zu unterstützen. Auch das lest ihr so oft. Aber das ist alles, was Laie machen können. Das hat sich dann in China sehr geändert. Nachdem das Mahayana in China gegriffen hat, wurden Laien dann mit dazu genommen. Sie durften sich also jetzt bei den Mönchen mit dazu setzen. Sie durften dann sogar die fünf Achtsamkeitsübungen vorher rezitieren und dann gingen sie raus und dann haben die Mönche und Nonnen ihre Pratimoksha ausrezitiert. So wird es heute noch im Plan Billig gehandhabt. Und langsam nahm die Kraft der Laien zu, sodass sich sogar erstaunlicherweise irgendwann mal die Sache umdrehte und Mönche und Nonnen gekocht haben und haben dann für diese Versammlung, wo man gemeinsam miteinander etwas gegessen hat, dann die Nahrung bereitgestellt. Damit seid ihr beim Plan Billig-Modell. Diese Entwicklung ist absolut einmalig und sie hat auch nur ein paar Jahrhunderte gedauert. Sie hat ungefähr 500 nach Christi eingesetzt in China, hatte ihren Höhepunkt um 900 und dann entstanden langsam große Gemeinschaften, Gemeinschaft für achtsames Leben, nennen wir das hier heute, die dann zu bestimmten Zeiten, einmal im Monat, zusammenkamen, miteinander in Schweigen gegessen haben, die Achtsamkeitsübungen rezitiert haben. Und da es dann zu der Zeit für sie keine Lehre dann gab, es gab keine Laienlehrer, gibt es nirgendwo im Buddhismus, außer bei uns, hat man dann eine Sutra miteinander gelesen. Und es war dann so, und auch das kennt ihr aus Plan Billig, die Sutra wurde von verschiedenen Leuten dann gelesen, sodass an sich viele im Raum daran beteiligt waren, diese Sutra vorzulesen. Und das war so die Verbindung. Und wenn das alles gemacht war, man hat so zitiert und gegessen und die Sutra gelesen, ist man dann bereichert und gestärkt und geistig und seelisch gestärkt wieder nach Hause gegangen. Das ist das, was wir hier machen. Wer sich dafür interessiert, ich habe hier ein schönes, dickes Buch, ihr könnt es mal durchlesen, vielleicht findet sich mal jemand bereit, das kurz zusammenzufassen, in einen kleinen Aufsatz, um mal in die Intersein zu tun. Ich habe das schon, ich weiß nicht, wie oft aufgearbeitet und habe es euch jetzt eigentlich das erste Mal so dargestellt. Ich bin eigentlich ganz sicher, dass Teil dieser Tradition irgendwo kennt, denn von irgendwo her muss es in Plan Billig entstanden sein. Das, was wir hier tun, ist einmalig im gesamten Buddhismus. Nirgendwo sonst gibt es Laiengemeinschaften, die ohne die Gegenwart von verehrten Mönchen und Nonnen zusammenkommen, die miteinander ein Mal teilen, die Achtsamkeitsübungen rezitieren. Und deswegen nehmt diesen Tag als etwas ganz Besonderes. Schätzt ihn, ehrt ihn, feiert ihn und inspiriert alle, die zu dieser Gemeinschaft gehören. Und das sind sicherlich mehr als hier. Inspiriert sie, herzukommen, die Kraft zu tragen. Es ist nicht einfach irgendetwas, wo man sich überlegen kann, ob ich da nun hingehe oder nicht. Oder ob ich überlege, ob nicht an dem Tag das bessere Wetter in den Bergen wäre. Das ist eigentlich nicht so ganz die Überlegung, die hier hingehört. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Es ist so ein wichtiges Momentum. Denn wir brauchen die Unterstützung voneinander. Wir brauchen dieses gemeinsame Tragen. Wir brauchen dieses gemeinsame Stärken von Energie, von Achtsamkeit. Wir brauchen auch das Vertrauen in den Weg, dass wir nicht alleine sind. Denn wir sind eigentlich schon etwas Ungewöhnliches. Nicht wahr? Es hat von Anfang an ja mehr Menschen um Buddha herum gegeben, die nicht ordiniert waren als ordinierte. Nicht, wenn er ging und seine Vorträge hielt, so von Dorf zu Dorf, waren das ja die Dorfbevölkerung, die Stadtbevölkerung. Und es waren auch ganz viele Menschen, die reich waren, weil die nämlich die Zeit hatten, zu diesen Vorträgen zu kommen. Die anderen mussten auf dem Zelte sein. Es war also immer schon eine etwas elitäre Gesellschaft, wie es auch heute noch ist. Der Buddhismus in Amerika ist immer noch ein weißer Buddhismus. Es gehört immer noch in die etwas gehobenere Gesellschaftsschicht. Weil es ja auch sehr viel Intellektuelles verlangt, sehr viel Einsicht, sehr viel auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Auch sehr viel Freiheit, Dinge zu tun, die ich nicht tun kann, wenn ich ganz stark eingebunden bin in Arbeit und in der Versorgung. Und so war es normal, dass Menschen, die eigentlich zur gehobenen Schicht gehörten, zum Buddha kamen, zu seinen Vorträgen und ihn fragten. Und es gibt eine der schönsten Sutren, in der der Buddha dann diesen Menschen mitgeteilt hat, was sie eigentlich alles tun können. Und dieses Sutra beginnt damit, dass die Reichen des Dorfes oder der Stadt, wo immer das gewesen ist, zu ihm kamen, wie es klassischerweise hieß, sie setzten sich an seine Seite und sagten dann, verehrter Gautama, so hieß der Buddha zu seiner Zeit, wir sind keine Ordinierten. Wir haben Frauen und Kinder und wir lieben sie. Wir haben Häuser und Gesinde und Geld und wir lieben das. Und wir haben Schmuck und Parfüm und weiche Betten und wir lieben das. So, deine Monastik, deine Mönche und Nonnen sind da ja schon ziemlich anders, oder? Die haben nichts davon. Absolut gar nichts. Der Buddha hatte das ja ganz bewusst aufgesetzt, dass alles das, was uns bewegt und auch besetzt, dass er das ausgeräumt hat. Können wir denn eigentlich dann überhaupt was tun? Mit all diesen ganzen Dingen im Vergleich zu den Mönchen und Nonnen? Das war damals schon die Frage. Und das ist heute immer noch die Frage. Der Buddha hat nie das Wort Laie gebraucht. Das möchte ich einmal ganz, ganz deutlich sagen. Ich weiß nicht, wo das Wort herkommt. Er hat immer gesagt, Hausholder. Das ist aber kein Haushälter, sondern ganz einfach jemand, der Grund und Boden und Besitz hat und ein Haus hieß sogar auch noch bei den Römern alles das, was dazugehört. Das Gelände und das Gesinn und die Kuh und die Vieh und die Familie und so weiter. Und so sind wir Hausholder. Die altklassische deutsche Übersetzung heißt Hausner. Das findet ihr als Begriff in den alten Zutren. Was können wir nun tun als Hausholder? Der Buddha hat Ich muss es so anfangen. Heute würde er wahrscheinlich sagen oder ich mache es dann so sagen. Was wollt ihr denn? Warum kommt ihr eigentlich her? Warum kommt ihr vielleicht sogar lange Wege her und sitzt da in Schmuck und Parfüm? Warum kommt ihr? Seid ihr nicht damit zufrieden, was ihr habt? Fehlt da vielleicht was? Das hat ja der Buddha gefragt. Ihr habt doch offensichtlich alles. Ihr habt alles das, was ihr wollt. Meistens. Hoffentlich. Und ihr habt das, was ihr liebt. Hoffe ich auch. Aber wenn ihr mich fragt, ob ihr in dem Feld vielleicht noch mehr haben könnt, dafür bin ich nicht zuständig. Das wisst ihr. Denn meine Mönche und Nonnen, denen habe ich das grundsätzlich mal erst alles genommen. also scheint bei uns was anderes zu passieren. Wo ist die Verbindung? Was wollt ihr? Und er hat sicherlich nicht gefragt, seid ihr unzufrieden? Das nicht. Sondern er hat versucht herauszuhören, was wollt ihr wirklich? Was wollt ihr wirklich als Menschen? Wo ist es vielleicht noch etwas, was ihr bei all dem, was ihr tut, was ihr habt, an Reichtum, an Geld, an Ansehen und so weiter, vielleicht gibt es da noch eine Ebene, die dadurch nicht berührt wird. Und das ist ja etwas, was uns auf den Weg bringt. Was wir wissen. Dass, was wir suchen, ja irgendwie doch was anderes ist. Was wir hoffen, durch Sozialbindungen, durch Geld, durch Ruhm und so nichts, zu bekommen. Aber sicher sind wir dann nicht. Und meistens funktioniert das auch nicht. Wir alle suchen danach, als Menschen miteinander in Frieden und Harmonie zu leben. Es gibt keinen auf der Welt, der das nicht tun möchte. Selbst jemand, der gerade irgendwo anderen Menschen mit Bomben in die Luft sprengt. Sein tiefstes, letztes, auch wenn es psychotisches Bestreben ist, heißt, ich möchte eine Welt schaffen, die friedlich ist. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der kein Krieg ist, kein Streit. die Idee, alle abzuschaffen, die nicht meiner Meinung sind, funktioniert nicht. Aber es ist ein Versuch. Dahinter steht dieser Gedanke, ich möchte mit Menschen in Frieden leben. Ich möchte in Harmonie mit anderen Menschen sein. Ich möchte verstanden werden und verstehen. Ich möchte geliebt sein und ich möchte lieben. Spürt in das hinein, schreibt es für euch auf, schreibt es euch als kleines Kärtchen ins Portemonnaie oder wohin auch immer. Was möchtet ihr? Daher fragt dann immer so ganz tief, was ist dein tiefster und wirklicher Wunsch? Wir möchten gar kein Geld haben, reich sein, Besitz haben, ansehen haben. Das ist so eine bestimmte Ebene, die uns auf einer sekundären Ebene irgendwie das Gefühl gibt, wir sichern das, was wir eigentlich wirklich wollen. Ihr seht das ganz typisch bei Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, die sich immens bemühen, mit allen möglichen Dingen geliebt zu werden, angesehen zu sein. Es gibt Menschen, die möchten ihre Stellung in der Gesellschaft dadurch sichern, dass sie Wissen haben, dass sie Macht haben und es funktioniert nicht. Da gibt es andere Dinge, die das tun. Charakterliche Eigenschaften, geistige Eigenschaften, ganz bestimmte Verhaltensweisen und wir alle Menschen wissen das. Und das ist das, weswegen wir als Gemeinschaft zusammenkommen. Dass wir uns da immer wieder dran erinnern. Dass wir uns immer wieder auch gegenseitig motivieren. Du denk dran, was du wirklich möchtest, ist irgendwo auf einer anderen Ebene. Und das, wo wir beiden uns jetzt drüber unterhalten, ist Plastik. wie viel Stereoanlage oder Auto oder Frau oder Kinder oder was auch immer. Es ist Plastik. Nicht im negativen Sinne, sondern wir versuchen, was zu sichern, worum es eigentlich gar nicht geht. Und als Mensch, da habe ich jetzt das Sozialumfeld angesprochen, die Art und Weise, wie wir miteinander sein wollen. Als Mensch möchte ich, heute wird das genannt im Rahmen der humanistischen Psychologie Selbstverwirklichung. In uns allen liegt dieser tiefe Wunsch, das größte und beste Potenzial aus uns, als uns Menschen, auch zu verwirklichen. Individuation nannte das C.G. Jung. Ein tiefes Bedürfnis. Maslow nannte das eben Selbstverwirklichung. Und deswegen ziehen uns ja Menschen an, die da dem näher gekommen sind. Deswegen zieht uns ein Buddha an. Sonst wüsste ich nicht, was da an dem attraktiv ist. Also so wollte ich nicht leben. Aber sie möchte ich sein. Und heute ist es ja wirklich so, dass die Gewissheit dafür wieder schon stärker geworden ist, selbst in unseren christlichen Ländern, vor allen Dingen auch in Deutschland, mit der Dalai Lama, als die Person angesehen, die die Menschen spirituell anspricht. Nicht der Papst. Und es geht nicht um Buddhismus, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ich sitze hier nicht als Buddhist, sondern als jemand, der von einem tiefen Bedürfnis geführt wird, so ein Mensch zu werden. Und das hat mit irgendwelchen Ismen überhaupt gar nichts zu tun. ein Teil nennt das bringt Spiritualität in euer Leben. Und der Dalai Lama ist mal gefragt worden, was ist denn Spiritualität? Er sagt, das ist ganz einfach, zu verstehen und Mitgefühl zu entwickeln. Das ist keine Esoterik, das ist nichts irgendwie Besonderes. Das gehört zu keiner Religion. Und das ist alles tief in unserem Herzen. Deswegen setzen wir uns dazu. Deswegen setzen wir uns und fragen, du, wie soll ich das machen? Irgendwo, du, ich mache ja was falsch. Was soll ich tun? Denn wenigstens diesen Aspekt des erfüllten und erwachten Menschen, den möchte ich realisieren. Mir ist schon klar, dass ich nicht reich sein muss. Aber vielleicht möchte ich von innen her strahlen, möchte ich da sein und ich weiß, dass ich dann alles das, wonach ich äußerlich suche, erreiche. Aber ich tue es nicht, damit ich das kriege. So hätte wahrscheinlich der Bruder relativ lange mit den reichen Leuten gesprochen haben. Und so spreche ich mit euch. das ist das, woran ihr euch immer wieder erinnern müsst. Morgens der erste Gedanke heißt, was möchte ich von meinem Leben? Wie möchte ich das einrichten? Wohin möchte ich? Und dann weiß ich, was ich tun muss. Ich werde immer jemanden fragen müssen, der den Weg gegangen ist. für uns ist das unbekanntes Gelände. Wir sind anders erzogen, wir leben in einer anderen Gesellschaft. Wir müssen schon auf jemand zugehen und sagen, tu, wie ist das? Wie kultiviert man eigentlich Mitgefühl? Ich habe davon gehört, das soll toll sein. Wie geht das? Die Tage hat mir ein Freund im Dama, ein lieber Freund im Dama aus Italien, einen wie heißt das? YouTube, von YouTube, also einen Link zu YouTube, also das ist diese Filmschnitt und Video Mitteilungs Plattform auf dem Internet, einen Link geschickt und da hatte sich jemand die Mühe gemacht und hat alle Videoclips und Aussagen von Obama bezüglich Empathie zusammengeschnitten. Ich muss euch den Clip mal rüberschicken. Also die Ding. Es ist faszinierend, wie dieser amerikanische Präsident dort seinen Landsleuten schon beinahe flehend deutlich macht, was ihr lernen müsst, ist Empathie. Ihr müsst lernen, euch hinein zu versetzen, wie es dem da hinten geht. Wenn du ein Weißer bist, musst du lernen, musst du dir Mühe geben, zu begreifen oder wenigstens irgendwo zu erahnen, wie es dem Schwarzen hinten im Slum geht. Irgendwo müssen wir zusammen wachsen. Aber er weiß auch nicht richtig, wie. Er weiß wohl, das fehlt uns. Das müssen wir tun. Wenn wir den Schritt nicht gehen, bleiben wir weiter in Krieg und Streit und Ablehnung und Neid unterschiedlichen Ansichten. Wobei es nicht darum geht, dass wir unterschiedliche Ansichten haben, sonst haben wir uns deswegen die Köpfe einschlagen, dass wir so damit nicht leben wollen und können. Wir können ja unterschiedliche Ansichten haben. Wir können die Diversität des menschlichen Geistes ja feiern, vorausgesetzt, wir nehmen uns nicht gegenseitig den Raum. Und das ist machbar. Das ist, was wir wollen. Also zumindest mal ich. Gut, hat der Buddha gesagt, das ist eure Motivation. Wenn ihr diese Motivation habt, kann ich mit euch sprechen. Wenn ihr die Motivation nicht habt, haben wir ja nichts Gemeinsames. Ihr hört mir ja nicht zu. Wenn ihr, in einer Zutra hat er das mal gesagt, reich werden wollt, dann geht bitte zu den Leuten, die euch beibringen, wie man reich wird. Ist ja in Ordnung. Auf gut Deutsch wird man heute sagen, ist nicht mein Business. Ich kann euch nur etwas beibringen, was in dieses Gebiet gehört. Ich kann euch nur Spirituelles beibringen. Ich kann euch nur zeigen, auf was ihr achten müsst. Und dann müsst ihr es selbst tun. Und ihr müsst es wirklich mit ganzem Herzen tun. Also das Erste, was der Buddha immer wieder gesagt hat, heißt Motivation, Ausrichtung, Klarsein des Ziels, also zumindest mal wissen, dahin möchte ich. Und das ist eine ganze Menge schwieriger Arbeit für uns. Wir leben in einer Gesellschaft, die eine völlig andere Ausrichtung hat, die völlig andere Ziele hat. Ich zitiere immer wieder ein ganz interessantes Buch in dieser Richtung von einem Zeitmanager, also so ein Firmenberater, Manager, Zeitmanager, ja sowas, einer der bekanntesten Amerikaner, Covey. Schon mal gehört das Buch, die sieben Wege des effektiven Lebens? Nein, müsst ihr unbedingt lesen. Ja, ist spannend, spannend geschrieben. Und er sagt, das Problem ist, das wir heute haben, ist, dass unsere gesamte Gesellschaft ausgerichtet ist nach einem, wie er es nennt, nach der Imageethik. Das Wort ist gut, ja? Ihr könnt es direkt verstehen, ja? Imageethik. Es geht nur darum, wie sehen mich die anderen, bin ich geliebt, habe ich genug Geld, habe ich Ruhm, habe ich Ehre und ähnliches mehr. Im Buddhismus nannte man das, oder nennt man das die Eight Worldly Concerns, die acht weltlichen Belange, absolut identisch. Und er hat lange über Jahrzehnte Menschen verfolgt und eben festgestellt, ich kann ihnen ja nichts sagen, sie wollen ja nur Ergebnisse, sie wollen ja nur Erfolg, sie wollen ja nur ganz schnell. Keiner will sich Mühe geben, mal nachzuschauen, wo ist das Problem eigentlich? Unser Weg, so nennt den Covey heißt Charakterethik. Und ich hoffe, ihr kriegt nicht gleich so ein Schauern über den Rücken, Charakter. Er braucht noch ein schlimmeres Wort, Prinzipienethik, noch schlimmer. Prinzipien. Alles Worte, die heute irgendwie ganz schwierig zu gebrauchen sind. Aber dahinter steht, wenn man genau hinschaut, dass diese Prinzipien Verhaltensweisen, Denkweisen sind, die für uns als Menschen notwendig sind, die wir brauchen, die uns als Menschen überhaupt zur Gesellschaft machen und die von allen Menschen unterstützt wird. Ehrlichkeit, Geduld, Fairness, Verstehen, Mitgefühl, zählt sie alle auf. Und ihr wisst genau, wovon ich spreche. das sind die Einstellungen, die Prinzipien, die unser Leben führen sollten. Nach denen sollten wir unser Leben ausrichten. Im Buddhismus nennen wir das dann heilsame Geisteszustände. Alles identisch. Deswegen liebe ich so moderne Ansätze, die eigentlich aufs gleiche rauskommen. Und ich habe ja eben gemerkt, als ich dachte, von irgendeinem Amerikaner oder Time Manager, da sagen alle, um Gottes Willen, sowas lesen wir doch nicht. Doch. Wir müssen uns wirklich darauf besinnen, was wir wirklich wollen und so schwierig ist das gar nicht. Nur im täglichen Leben mag es hier und da ein bisschen klemmen. Wir machen vielleicht dies und jenes Spiel nicht mit und sind diese oder jene Dinge nicht mehr so wichtig. Und so kann es uns passieren, dass wir so ein bisschen uns absetzen. Ein bisschen so uns entfernen von den anderen, die bisher unsere Freunde waren und von denen wir dann irgendwann sagen, möchte ich nicht. Möchte ich nicht mehr. Ist nicht mein Ding. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so als Sangha uns auch unterstützen. Und zwar nicht deswegen, weil ich denke, dass wir nun als Randgruppe zu uns zusammen rotten. Und uns gegenseitig gefühlt geben, wir haben es. Die anderen sind ja alle nicht. Aber wir haben die Wahrheit. Ich kenne das noch als Sanyasin. Ich bin ja früher mal Sanyasin gewesen. Wir hatten es. Wir sind und haben die Welt belehrt. Und haben denen ganz klar gesagt, hier, Maler. Und so. Ja, war schon ziemlich aggressiv. Das möchte ich nicht. Ich bin nicht gegen jemand. Ich bin nur für etwas. Ich bin für etwas, was eigentlich wir alle Menschen wollen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern. Dass wir jetzt also nicht irgendeine Elitärgruppe sind, die so samstags zusammenkommt. Sondern auch ein bisschen so wie ein paar verlorene Menschen, die sich an den Händen halten müssen und sagen, was machst du denn mit dem neuen BMW? Dann kann man sagen, fahr ihn mit Freuden, aber häng nicht an ihm. Und dann geht es schon wieder ein bisschen besser. Ich habe dass sich die Menschen darüber unterhalten, was sie los werden. Und nicht, was sie kriegen. In normalen Gesellschaft, normal, Entschuldigung, also die, was hier so üblich ist, unterhält man sich darüber, was man gerade frisch gekauft hat, welche Stereoanlage man hat und und so weiter. Und wie gesagt, in einer anderen Gesellschaft erzählt man sich, wenn man das gerade los geworden ist. Aber auch da bitte kein System von machen. Also jetzt so stolz aufbauen, dann haben wir es schon wieder verpasst. Das ist die größte Arbeit, die wir als Gefährten des Buddha haben. Der Buddha war ja ziemlich rigoros, nicht wahr? Und Mönch und Nonnen sind da schon sehr rigoros. Nichts von dem, was uns also irgendwo noch interessiert ist, für sie interessant oder sollte für sie interessant sein oder kann für sie nicht interessant sein. Es ist unsere große Arbeit als Householder uns auszurichten. Eine schwierige Arbeit. Tai hat immer wieder gesagt, früher, es ist viel einfacher, Mönch zu sein. Wir brauchen viel Kraft und wir brauchen ein ganz tiefes Vertrauen. Ein Vertrauen in den Weg. das was der Buddha immer an Anfang gestellt hat, die Motivation und das Vertrauen müssen bei uns viel viel stärker sein als bei Monastics. Viel stärker. Wenn ich einmal Mönch oder Nonne bin, ist alles fein. Für alles gesorgt. Ich habe Gemeinschaft, ich habe Geld, ich brauche auch kein Geld, ein bisschen wird mir geschenkt und gegeben, ich muss mich nicht um Job kümmern und 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 wir haben es viel schwerer. Aber wenn es von innen her gefüllt ist, ist das eigentlich ja, was diese Welt braucht. Denn diese Welt besteht aus Hausholders. Nicht wahr? Ich weiß nicht, wie viel haben wir und wie viele Milliarden acht oder wie viel? Sechseinhalb. Sechseinhalb? Ja? Sind alles Hausholder. Die wenigen, die das nicht sind, sind also so ein bisschen. Es ist also unsere Aufgabe. Es ist unsere Botschaft, da, wie ich es immer nenne, in Anlehnung an Theis Worte, die spirituelle Dimension in unser Leben zu bringen. Aber spirituelle Dimension ist nicht Weihrauch und Kerzchen und solche Dinge, Ja? Ja? Sondern von innen her eine Einstellung und Zustellung zum Menschen und zu anderen Menschen, die tief erfüllend ist. Gut, haben dann die Menschen früher gesagt, das ist uns alles irgendwo klar. Sonst würden wir uns hier nicht hinsetzen. Und wenn man in Indien ist und in diesen traditionellen, großen, spirituellen, hinduistisch, buddhistischen Ländern, da wird das auch nicht viel diskutiert. Spiritualität ist in den Straßen, ist es in den Geschäften, ist es einfach da. Diese Trennung, wie wir sie haben, hier ist das Materialismus und da ist so ein ganz klein bisschen was anderes, ist dort nicht so vorhanden. Deswegen ist für uns diese Arbeit anders. Ihr müsst dort viel euch austauschen untereinander. Euch viel motivieren und euch viel helfen. Der Buddha hat dann eben auf der einen Seite dann gesagt, gut, ihr habt das alles, aber passt auf, dass er euch nicht darin verliert. Er hat also immer wieder die Laien auf die Umgebung aufmerksam gemacht und dass sie schon ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht zu sehr allein durch ihren Lebensstil von all dem wegkommen, was sie wirklich möchten. Eine große Sutra steht uns noch heute zur Verfügung und es ist berührend, es ist wirklich berührend, über seitenweise weg, der Buddha den Menschen sagt, geht nicht abends aus, trinkt nicht, spielt nicht, geht nicht fremd, seitenweise, hat ihnen Anweisungen gegeben, wie geht er mit eurem Geld um, ein Drittel fürs tägliche Ausgeben, ein Drittel für die Maintenance, also dafür, dass man das hält und ein Drittel als Reserve für die schlechten Zeiten. Seitenweise hat er den Menschen deutlich gemacht, wie müsst ihr ein Leben gestalten, das so irgendwo so ein bisschen wenigstens etwas zusammenhält, was nicht völlig entgegengesetzt ist von dem, was ihr wollt. Lebt nicht in Umgebungen, die euch wirklich völlig besetzen und rausreißen. habt Gemeinschaft, habt Umgebung, die euch darin unterstützt. Seid mit Menschen wie hier in der Sangha zusammen, die euren Weg gehen. Das ist für viele von uns der nächste große Schritt nachzuschauen, ist das, was ich tue, wie ich lebe, womit ich mich beschäftige, mit wem ich zusammen bin, ist das förderlich? Nicht dass ich das jetzt von einem Tag zum anderen umkrimple, sondern ganz einfach mal nachschaue, was mache ich so mit meinem Leben? Wie gehe ich damit um? Und wenn ich mit Menschen zusammen bin und sie fragen mich, wie bringe ich nun Achtsamkeit in mein Leben? Dann frage ich erst mal, wie sie leben und ich sage, in das Leben kriegt man keine Achtsamkeit. Das ist so messy, 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 verschmutzt, verschlammt, durcheinander, chaotisch, da kriegt man keine Achtsamkeit rein. Da ist ja gar keine Luft für. Das ist ja so chaotisch und so kaputt. Jetzt setze ich mal hin und zieh dazu, dass du erst mal ein bisschen Ordnung reinkriegst. Ihr kennt, die Sutra, die ich jetzt immer anspreche, kennt ihr nicht. Aber ihr kennt eine andere, große Sutra, die Tai für uns dann immer bereit gelegt hat. Und ich hoffe, ihr zitiert auch ab und zu noch in den Sangha-Sutra und ihr kennt die, die sogenannte Mahamangala-Sutra, noch nie gehört. Nein. Und sie heißt bei Tai Sutra über das Glück. Ich habe es schon öfters kommentiert und hier sind es, viele Götter und Menschen möchten unbedingt erfahren, welche Segnungen die größten sind, die ein friedvolles und glückliches Leben herbeiführen können. Das haben wir ja gerade so weit besprochen. Und die erste Anweisung von Buddha nach der Motivation. Wenn die nicht da ist, kommt eigentlich auch die Frage nicht. Oder sie kommt falsch. Die erste Antwort heißt, den Umgang mit Narren meiden, in Gemeinschaft mit weisen Menschen leben und die Ehren, die es wirklich verdienen. In förderlicher Umgebung leben, gute Samen angesät haben und erkennen, dass man auf dem rechten Weg ist. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Ich kenne das. Ihr kennt das, oder? Oder? Das Programm. Das ist nicht nur Sutra, das ist Programm. Wir alle Sutra. Das ist aber nicht, womit der Buddha angefangen hat. Der dritte Schritt. Der Buddha hat dann immer gesagt, es ist viel knapper. Was willst du eigentlich wirklich? Wir haben das eben ausgebaut, ausgeschmückt. Charaktereigenschaften und Ähnliches mehr. Der Buddha hat dann ganz einfach gesagt, das war immer seine Antwort, du möchtest doch einen ganz bestimmten Geist, oder? Du möchtest einen Geist, der nicht hasst, der nicht gierig ist, der nicht ablehnend ist, der nicht wertend ist. Das ist eigentlich, was dahinter steht. Denn wenn du den Geist nicht hast, dann lebst du mit anderen Menschen friedlich. Dann verstehst du. Nicht mal? Können wir das einsehen? Wir haben eben schon wieder uns nur auf der zweiten Ebene getroffen. Nach dem Plastik kam so diese allgemeine Beschreibung, was ich möchte. Der Buddha ist immer tiefer gegangen, hat gesagt, wenn du das möchtest, brauchst du den Geist. Du brauchst einen ganz anderen Geist als den, den du jetzt hast. Das ist die Arbeit. Halte dich nicht, und jetzt drehe ich die Sache mal ganz verkehrt um, halte dich nicht an der Umgebung auf. Das ist hilfreich. Und das möchte ich uns allen sagen, die wir in diesen Umgebungen leben. So schön, wie das da alles geschrieben steht, und so wichtig das auch ist, und so sehr wir auch darauf Wert legen müssen und sollten, dass unser Umfeld für uns durchsichtig ist, dass unser Leben eine gewisse Form hat und ähnliches mehr. Dass wir nicht einfach nur Mess aus unserem Leben machen. Aber der Buddha hat nicht gesagt, jedenfalls nicht zu den Householdern, du kannst nur auf deinem Weg weiterkommen, wenn das erst mal gemacht ist. dann kennen wir ja alle nicht weiter, oder? Oder nicht sehr viel weiter. Wir wären also immer wieder daran, an unserer Umgebung rumzudrehen. Und das Problem bei der Betonung auf die Umgebung ist ja, es sind ja die anderen. Also wenn es nach mir ginge, wäre ja hier Stille und Ordnung und Ruhe und Verständnis und Liebe und ne, ja so, gar kein Problem. Also die Gesellschaft, von der wir träumen alle miteinander, wegen mir, haben wir die direkt. Gar kein Problem. Aber irgendwo spielt das auch keiner richtig mit. Es sind ja die anderen. Du bist es ja. Wenn du dich anders verhalten würdest, hätten wir ja Ordnung. Wenn du die Zahnpasta abends nicht so verschmiert auf dem Waschbecken legen würdest. Ihr kennt das und ich möchte jetzt ganz deutlich sagen, so wichtig das ist und so viel Wert wir darauf legen müssen, es ist nicht die Hauptsache. Es kann nicht die Hauptsache sein. Und ich beobachte das bei so vielen Menschen, die so bis dorthin den Weg gegangen sind, dass sie jetzt versuchen, ihren weiteren Fortschritt an der Umgebung festzumachen. Und das ist falsch. Förderliche Umgebung, wir haben die gestaltet. Wir haben eine, aber nicht jeder hat sie. Und nicht jeder kann sie haben. Aber das heißt ja nicht, dass nur wir wachsen können. Oder wäre ja schlimm. Dann brauchten wir das alles nicht mehr. Dann müssten wir erst mal 6,5 Milliarden, war das richtig? Ungefähr. Müssten wir erst mal zusehen, dass die ganze Gesellschaft in eine gewisse Ordnung kommt. Krieg und Frieden. So kann es nicht gehen. Ist das klar? Das kommt ein bisschen hart für die jenigen, die aus dem ganzen spirituellen Weg Sozialismus und Politik machen wollen. Engagierter Buddhismus. Falsch verstanden. Positiv ist es alles das, was wir an Verstehen und Ähnlichem haben, in die Gesellschaft hinein zu bringen. Menschen deutlich zu machen, wir müssen die Dinge anders tun. Wir müssen achtsamer sein, wir müssen liebevoller sein und Ähnliches mehr. Und dazu muss ich anfangen. Ja, komisch, ne? Einer muss anfangen und das bin ich. Das ist, wo der Buddha immer angesetzt hat, als erstes. Deswegen ist er radikal eigentlich. Er wird immer so ein bisschen ins Soziale geschoben, das stimmt nicht. Er ist ein sehr radikaler Geistestrainer. Wenn du möchtest, dass die Welt sich ändert, und das möchten wir alle, dann gibt es nur eine Chance, bei dir anzufangen. Denn das, was du möchtest, ist eine Frage des menschlichen Geistes. Es ist nicht von irgendeinem politischen System oder von der Kultur abhängig. Es ist eine Frage des menschlichen Geistes. Gier, Hass, Ablehnung, Stolz, Eifersucht und ähnliches mehr. Unsere Aufgabe ist also an dem Geist, an dem menschlichen Geist zu arbeiten. Und ich kann nicht an deinem Geist arbeiten. Ist ja schon schwierig genug an meinem. Also sind wir immer auf uns zurückgeworfen. Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir ansetzen. Wenn unsere Umgebung nicht so ist, wie wir sie vielleicht gerne als förderlich hätten, ist es unsere Aufgabe, an unserem Geist so weit zu arbeiten, dass wir nicht ablehnend sind. Minimum. Solange wir durch solche Bedingungen den Geist des Wertens kultivieren, sind wir nicht auf dem Weg. Ist das verstanden? Kommt hart, aber es ist halt eben so. Das kommt mir auch so oft schwierig. Es ist so einfach, jemand zu sagen, also wenn du, so einfach, das ist so, dieses ganze Image Ethik und dieses ganze dem anderen Vorwurf zu machen, ist so simpel. Und es ist so schwierig, stehen zu bleiben und zu sagen, was ist es eigentlich, warum kriege ich das nicht mit meinem Geist vernünftig auf die Reihe? Was ist es da in mir, dass ich kein Verstehen aufbauen kann? Was ist es da in mir, dass ich kein Mitgefühl entwickeln kann? Das kann doch nicht wahr sein, oder? So kann es doch nicht gehen. Helga erzählt immer wieder, dass sie auf den Weg gekommen ist, weil sie so unglaublich berührt, das ist ein Wort, begeistert, erstaunt, war von den tibetischen Mönchen, die von Chinesen gefoltert wurden, 1959, als sie das Land verlassen mussten, und die dann gefragt wurden hinterher, hast du nicht viel Hass erlebt, in dir selbst auch? Er sagt er, nein, nein, dazu habe ich eine lange Praxis, ich hasse mich mehr. Ja, aber die haben dich doch gequält, ja schon, aber es ist kein Grund, einen anderen Menschen zu hassen. Ich habe durch meine lange Praxis verstanden, da ist ein menschlicher Geist unbewusst, da ist ein menschlicher Geist indoktriniert, und ein menschlicher Geist, der so ist, der tut so etwas. Also kann ich doch nicht den Menschen hassen für etwas, wovor er nichts kann? Schlechtes Wort eigentlich, er ist ja im Moment gar keiner. Ich stehe ja auch nicht da und hasse das Gewitter. Insofern ist ein Mensch in diesen Augen blicken kein Mensch. Aber ich kann Mitgefühl entwickeln für diesen Mensch, der nämlich als Mensch es doch irgendwo weiß. Glaubt es mir. Auch ein Mörder weiß, dass er irgendwo etwas getan hat, was gegen das Menschsein verstoßen hat. Da ist, wie wir es nennen, die Buddha-Natur. und immer dann, wenn ihr mit einem Menschen sprecht und da durchkommt, ist ein schwieriges Gespräch und ihr kommt irgendwo durch mit Verstehen und Mitgefühl an diesem Kern, ändert sich alles. Tai wurde mal von einem Psychiater öffentlich gefragt, was mache ich mit diesen Menschen, die haben das und das und das und das und die sind nicht ganz psychotisch und ähnliches mehr. Und da hat gesagt, Moment, 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 du betrachtest diese Menschen jetzt nur als krank, nur als behandlungsfähig. Das ist ein Aspekt. Aber vergiss nicht, sie haben Buddha-Natur. Und wenn du mit dem Aspekt der Buddha-Natur ihnen begegnest, ändert sich etwas. Man hat diese Dinge schon seit vielen, vielen Jahren auch in Europa festgestellt, es gibt eine Untersuchung aus der Psychiatrie in Münster. Nein, es waren gehandicapte Kinder, also Kinder, die geistig, wie nennt man das, gehandicapte, geistig behinderte, geistig behinderte sind. Und man hat dann festgestellt, wenn die Angestellten, diejenigen, die sie versorgen, die Pfleger oder so ähnliches, diese Kinder auch als geistig gestört betrachten, verhalten sie sich entsprechend. Irgendwo kriegt selbst dieser Mensch das komischerweise mit, obwohl er das gar nicht sollte. Der ist ja gehandicapt, der kriegt das nicht auf der Reihe, doch. Und man hat dann das Personal aufgefordert, diese Menschen so zu behandeln, als wenn sie gute Freunde, was wertvolles, was wichtiges wären, als wenn sie es mitkriegen würden. Und man hat Heilungen festgestellt, die unmöglich angesehen wurden. Ein völlig anderes Verhalten. Denkt also immer daran, wir kriegen es mit. Du kannst nicht lügen. Selbst wenn du freundlich bist zu mir und willst das eigentlich sein, ich kriege es mit. Ich spüre es. So tief müssen wir kommen, dass wir die Verantwortung für unseren Geist aufnehmen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Die Umgebung ist gut und wohl und wichtig. Aber das, worum wir uns eigentlich kümmern müssen, ist unseren Geist. Wenn wir uns um die Umgebung kümmern, wenn wir so ein bisschen darauf achten, dass unser Leben eine gewisse Ordnung hat, dann nur deswegen, weil wir uns um den Geist kümmern wollen. Wenn wir die Bedingungen nicht haben, können wir uns immer noch um unseren Geist kümmern. Ein bisschen schwieriger vielleicht, aber die Aufgabe bleibt immer noch die gleiche. Die Aufgabe heißt, es ist unser Geist, der es macht. Die Aufgabe heißt, hasse ich, lehne ich ab, werte ich, bin ich ängstlich und ähnliches mehr. Daran arbeite ich. Und so hat der Buddha eigentlich immer, nachdem er gesagt hat, wenn die Motivation klar ist, immer gesagt, achtet auf euren Geist. Das Geistestraining, die fünf Schielers, das als nächstes kam, sind ja nichts anderes in seiner klassischen Form auf töte nicht, lüge nicht, tu dies nicht, tu jenes nicht. Zehn Gebote. Aber das sind keine Gebote. Versteht ihr jetzt den Hintergrund dafür. Achte drauf. Kriege mit, was du für einen Geist hast. Kriege mit, ob du jetzt hast oder wertest oder ablehnst oder das Gegenteil. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen ist es so wertvoll und so wichtig und so einmalig, dass uns Thay die Achtsamkeitsübungen in einer erweiterten Form gegeben hat. Klassischerweise heißt es ja einfach, tu das nicht. Prinzipiell richtig. Nur schwierig. Wie soll ich es machen? Ich würde gerne eine runter hauen. Ich habe Hass in meinem Geist und jetzt sagt mir irgendjemand tu das nicht. Wer sagt, wie? Runterschlucken geht auch nicht. Und so haben dann die späteren buddhistischen Lehrer gesagt, ist ja eigentlich ganz einfach. Du hast ja auch andere Seiten. Du hast ja auch Liebe, du hast Mitgefühl, du hast Verstehen. Also kultiviere das. Und ganz langsam, wenn du das kultivierst und dann anwendest, wirst du deinen Geist herüberbringen aus die von diesem Schwergewicht in jenes Schwergewicht. Das ist also eine ganz bestimmte Trainingsmethode. Eine ganz bestimmte Form mit unserem Geist zu arbeiten. Es ist uns eigentlich allen klar. Die Motivation heißt, ich möchte einen Geist haben, der nicht hasst. Steht oben drüber. Der erste Ansatz heißt also jetzt, den wir praktizieren, dazu muss ich den Teil meines Geistes kultivieren, der verständnisvoll ist, liebevoll, klar, sachlich und ähnliches mehr. Das ist unsere Aufgabe. Ja, ist das klar vom Training, ja? Ja, ne? Hört sich einfach an, oder? Es ist auch einfach. Das ist also ein ganz bestimmter Ansatz, der natürlich verlangt, dass wir das ständig kultivieren. ja? Also nicht nicht gerade, wenn es mal wieder dran ist, dass ich dann überlege, Moment mal, da hatte mir doch jemand gesagt, ich sollte es irgendwie anders tun, dann ist es schon wieder zu spät. Ja, das ist das Problem dabei. Ich bin nicht immer in Situationen, in denen ich daran erinnert werde, dass ich so einen miesen Geist habe. Also vergesse ich das. Und wenn es dann aber drankommt, habe ich das nicht trainiert. das ist das große Problem bei uns. Infolgedessen, und deswegen erzähle ich euch das heute, einfach diese Abfolge, gibt es natürlich noch einen anderen Weg, den eigentlichen Königsweg, an den ich euch erinnern möchte. Ihr habt heute Morgen, als das Räucherstäbchen geopfert wurde, gehört, mögen wir aus der Unachtsamkeit, sagt ihr ja, aus der Unachtsamkeit erwachen, und unsere wahre Natur wiederentdecken. Unachtsamkeit heißt, es ist keine Achtsamkeit da. Achtsamkeit ist der Ausdruck, die Übersetzung für dieses Sati. Und Sati ist aber eigentlich ein Geist, der ist bewusst, der ist da, der ist wach, der sieht die Dinge, wie sie sind. Bitte setzt euch auch im Gesprächsrunden zusammen und spürt tief hinein, was ist das eigentlich, dieses Bewusstsein. Ich brauche lieber das Wort Bewusstsein als Achtsamkeit. Es geht nicht darum, dass ich immer weiß, was alles nun da ist, sondern bin ich bewusst, das ist eine andere Ebene. Ich kann auf etwas achten, damit schaue ich so ein bisschen nach außen. Ist das richtig? Könnt ihr das nachvollziehen? Gerade im Deutschen ist das so schwierig. Achten heißt so, pass doch auf Mensch. Im Italienischen heißt das Satio übersetzt mit Konzapivolezza, also Bewusstsein. Und es ist eigentlich auch, dass ein inneres Erleben von ich bin bewusst, ich bin da, ist was anderes als ich bin achtsam. Kann ich das deutlich machen? Ihr kennt alle die erste Meditationsanweisung in der Anapanasati und die Neuen können jetzt Ausdrücke vergessen, also die Achtsamkeit auf den Atem, Entschuldigung. Achtsamkeit auf den Atem heißt, ich atme ein und ich weiß, dass ich einatme. Ich atme aus und ich weiß, dass ich ausatme. Wenn ich einen langen Atmen einatme, weiß ich, dass er lang ist. Wenn er kurz ist, weiß ich, dass er kurz ist. Wenn man so ganz tief hineinspüren, geht es also nicht darum, ob ich nun ein- oder ausatme, ob er lang oder kurz ist, sondern an dem allen übe ich und kultiviere ich Bewusstsein. Ich bin mir dessen bewusst. Wird das deutlich? Es ist eine andere Übungsebene. Es ist die Übungsebene Meditation. Bewusstsein ist die eigentliche Grundlage dafür, dass ich achtsam sein kann. Das ist eine Grundlage. Bewusstsein, reines Bewusstsein, ist also ohne Inhalt. Tai nimmt sehr viele Definitionen zum Begriff Achtsamkeit, der aus diesem Bereich herauskommt. Wenn ich völlig achtsam bin, werte ich nicht. Ich weiß, wie die Dinge sind, aber ich beziehe keine Stellung, also von mir aus innerlich nicht. Reines Bewusstsein sagt nichts anderes als das ist so. Es ist ganz egal, was es ist. Ehe Inhalt geformt wird, muss es eine Energie geben, die diesen Inhalt formen kann. Jetzt mache ich es ganz philosophisch. Ehe wir einen Topf formen, muss es Leben geben, der nicht geformt ist. Achtsamkeit als geformte Form von Bewusstsein muss ein Bewusstsein haben, das noch keinen Inhalt hat. Sozusagen die reine Energie. Kommt das jetzt an? Mir ist ganz wichtig, dass wir so praktizieren, dass wir wirklich in unserer Achtsamkeitspraxis immer wieder dorthin spüren, bin ich wach, bin ich da. Nicht nur einfach bin ich spiritueller Buchhalter. Jetzt bin ich ärgerlich, wow, und jetzt ist es wieder weg, wow, oder so. Sondern es ist, im frühen Buddhismus spricht man vom Beobachter. Thay mag das Wort nicht. Weil irgendwo in dem Beobachter habe ich den Verdacht, dass er das empfindet, dass da schon wieder jemand drin sitzt, der sich jetzt zurückhält und sagt, wir wollten doch nicht werden, wir beiden. Ich weiß es nicht. Ich beziehe mich darauf, dass es so etwas gibt wie das reine Bewusstsein. Ich bin nichts anderes als bewusst. Ich bin da, ich bin wach. und es ist so, als wenn ich als Individuum in diesem Augenblick nicht im Vordergrund stehe. Ich bewerte dich zum Beispiel nicht. Das ist etwas, was wir viel üben müssen. Ganz schön kann man das üben, wenn man bei Leuten in die Gesichter guckt. Wenn man durch alle Gesichter durchguckt und hat das kleine Gesicht und das junge Gesicht gesehen und das alte verhutzelte und ich weiß was Wertung auf, sind wir ein Stückchen weiter gewachsen. Ist das nachzuvollziehen? Das ist gemeint mit reinem Bewusstsein. An jedem dieser Gesichter ist etwas Schönes und ist meine Freude. Aber es ist nicht so, dass ich das kleine sehe und nicht so über dem Baby und wenn man dann die alte sieht. Da sind wir Weltlinge, so nennt der Buddha uns dann. Reines Bewusstsein sieht in allen, ja manchmal übertreiben wir es ein bisschen Schönheit, es geht gar nicht um die Schönheit, man sieht es einfach so wie es ist. Und man gibt alledem so wie es ist seinen Wert. Damit heißt natürlich nicht, dass alle Menschen alles tun können und ich stehe da immer und sage nun hau mich doch oder so. Darum geht es nicht. Das habe ich ja nicht gemeint damit. Sondern wenn jemand etwas tut, was gegen das Wohl der Allgemeinheit verstößt, stehe ich ganz klar auf und sage, Finger davon. Da bin ich da. Da ist in mir jetzt eben nicht Angst, was soll der von mir denken, wenn ich dir einschreite und ist nicht meine Aufgabe. Das ist schon wieder Denken. Ich bin hier, ganz wach, ganz da, bin in diesem Moment. Das müssen wir üben. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das nennt man Achtsamkeit, aber eigentlich ist es mehr Bewusstsein. Pure Awareness, reines Bewusstsein. Tai hat in der letzten Zeit, in letzten Jahren ein paar Mal davon gesprochen, was er dahin möchte. So, wenn ich in diesem Geisteszustand bin und in mir kommt Ärger auf, was es immer noch tun wird. Wir haben ja vorhin diese schöne Meditation gehört, ja? Das reine Bewusstsein wird mit größter Wahrscheinlichkeit nur positive Aspekte ausführen, dann ist es aber schon ausführend. Aber es gibt eben in unserem gesamten System Ego-Anteile, Vergangenheiten, Einstellungen, ja? Und wenn die durch irgendetwas angeregt werden, stehe ich da. Hallo? Was machst du denn hier? Ärger? Hass? Ablehnung? Altes Zeug? Brauche ich nicht mehr. Und obwohl es in mir hochkommt, werde ich nicht danach handeln. Ist das nicht spannend? Das ist die eigentliche Arbeit. es wird immer hochkommen. Es wird immer bei uns im Magen kribbeln. Es hört nie auf. Aber wir haben alle Möglichkeit und Fähigkeit und geistige Kraft nicht mehr darauf zu reagieren. Wir haben die Möglichkeit und Fähigkeit stehen zu bleiben, zu schauen, was liegt hier eigentlich an. Und wenn es in diesem Augenblick nicht ansteht zu brüllen, brülle ich nicht, obwohl ich mir danach mit mir zumute wäre. Aus der Erziehung heraus würde ich es machen. Ich habe es lange genug gemacht. Aber es liegt nicht an. Mit Klarheit und Wachheit und Bewusstheit weiß ich ganz genau. Verstehen liegt an. Das ist was gefragt. Wir haben also die Möglichkeit und das ist unsere eigentliche Praxis irgendwo diesen Abstand zu haben. Diese Buddha Natur in uns so klar zu spüren mit der in Kontakt zu sein. Dass jetzt alles das was kommt alles und aber ganz besonders unser Inneres Außen ist. Wir sind bisher nur gewöhnt dass das Außen das ist. Und wenn es zu unseren Gedanken und Gefühlen kommt die sind innen. Oder? Die sind aber nicht innen. Die sind für unser Bewusstsein außen. Die sind noch nie innen gewesen. Die werden nur zum Innen wenn ich mich damit identifiziere. Das heißt aus meinem Bewusstsein rausfalle. Für das Bewusstsein ist es immer außen. Sonst könnte ich es nicht beobachten. Ich könnte gar nicht feststellen wenn ich habe die Emotion. Es muss also jemanden geben der die Emotion nicht hat. Es hört sich blöd an aber scheint nicht so ganz deutlich zu sein. Wir tun immer so als wenn es die nicht gäbe. Oder die. Unsere alten chinesischen Vorfahren haben gesagt es ist so verrückt. Wir sind ständig nur das dass wir nicht mit kriegen dass es das ist. Niemand könnte von uns über Emotionen sprechen wenn er nicht Bewusstsein hätte. Faszinierend sind solche Berichte zu lesen zum Beispiel vom Damasio ich fühle also bin ich Menschen hat die nicht mehr Bewusstsein wie auch beobachtet wie jemand plötzlich anders wird und wie er sagt der Mensch das Bewusstsein verschwindet der wird aber nicht unbewusst nur irgendwas ist weg so ähnlich wie beim Alzheimer das kann passieren und das passiert bei uns oft Bewusstsein ist weg wir fallen raus identifizieren uns und damit ist das was wir eigentlich beobachten die Emotion nicht mehr ein Beobachtungsgegenstand sondern wir sind es geworden unsere Praxis kann also nur heißen das ist draußen das bin ich ich hört ihr das ich gebe euch dazu eine kleine ein kleines Forschungsergebnis oder eine ein Praxisergebnis in einer psychiatrischen Abteilung in Amerika die psychiatrische Abteilung hatte überwiegend Patienten die waren Zwangsneurose gestört Zwangsneurosen heißt ich habe zum Beispiel Waschzwang der bekannteste also irgendwie muss ich mir ständig die Hände waschen oder ich springe plötzlich auf und wasche den Boden oder irgendjemand springt auf nimmt sich ein Lapp und putzt das Fenster habt ihr das zumindest mal gehört so Waschzwänge oder solche Zwänge das ist eine ganz ganz schlimme psychiatrische psychologische Krankheit weil dieser Mensch wie von einer fremden Macht geführt etwas tun muss diese Menschen wissen sogar dass sie es eigentlich nicht tun möchten aber irgendwo ist niemand dort der sagt du das Licht nicht an das Fenster ist sauber oder hast du gerade vor fünf Minuten die Hände gewaschen der ist weg der ist nicht da es ist aber wir würden in unserem Sinne sagen die Buddha Natur noch da ist also noch irgendjemand der der weiß das ist verrückt was ich da tue es ist faszinierend so jetzt hat man also festgestellt dass das zurückzuführen ist auf eine bestimmte Gehirnanomalie also das heißt eine Anomalie innerhalb der Neurotransmitter aber da kann man nicht dran drehen die Neurotransmitter kriegt man nicht rein dazu gibt es die Blutschranke ganz schwierig und dieser Psychiater ist dann entweder Buddhist gewesen geworden was auch immer er ist also über das Buch gestolpert von Jan Aponika das Herz der buddhistischen Lehrer kennt ihr das Achtsamkeit durch Meditation durch Achtsamkeit kennt ihr das nein Standardwerk der buddhistischen Literatur Standardwerk der Achtsamkeit Grundlagenwerk für Thai auch das erste Buch was er gelesen hat wie heißt es auf Deutsch Geistestraining durch Achtsamkeit Geistestraining durch Achtsamkeit gut im Englischen heißt es the heart of Buddhist Meditation viel griffiger und was Nanaponika sagt der Name euch wenigstens was Nanaponika was Nanaponika herausgearbeitet hat ist eben dieses reine Bewusstsein gesagt das ist die Kraft wenn wir das haben ist alles andere draußen und jetzt hat man mit diesem Patienten reines Bewusstsein geübt Meditation und immer wieder zu lernen es ist außen erst an Gegenständen dann an Gefühlen bis hin zu dem klaren Erkennen dieser Gedanke der dich jetzt treibt du musst dich waschen ist außen dieser Gedanke ist ein fremder Gedanke der hat mit dir nichts zu tun es ist so als wenn der dich beherrschen wollte aber irgendwo hat er mit dir nichts zu tun man hat ihnen beigebracht daran zu denken in den Augenblicken wenn irgendwo dieses Gefühl auftaucht zu sagen das ist ein falscher Gedanke es ist ein Gedanke der von außen kommt der mit mir nichts zu tun hat und der zurückzuführen ist auf bestimmte Dinge da im Gehirn aber der hat mit der Realität nichts zu tun infolgedessen brauche ich mich danach auch nicht verhalten das nicht faszinierend und die Leute haben das gelernt und die haben das gemacht und die sind von ihren Zwängen los geworden da kommt immer noch dieses Gefühl auf oder kam immer noch das Gefühl auf ich müsste mir die Hände waschen aber von hinten her durch die Meditation und durch die Praxis kam sofort der Gedanke auf der ist fremde Gedanke der gehört mir nicht der entsteht jetzt in meinem Gehirn aber hat mit mir nichts zu tun jetzt lass mich mal gerade gucken alles sauber danke brauche ich nicht so und jetzt das faszinierendste man hat ja immer festgestellt von außen dass die Krankheit bedingt ist dadurch dass bestimmte Neurotransmitter nicht richtig funktionieren ok bewiesen ganz klar Ursache ist klar die Ursache ist also Material Gehirn Masse Chemie was auch immer das haben wir wunderschön jetzt geht man hin und versucht das durch den Gedanken zu stoppen naja gut da sagen wir als Meditierende das ist klar das geht jeder andere Kollege bei dem schwarz wie heißt der haben gesagt ja gut das ist Pavloscher Effekt also Konditionierung operantes Konditionieren mehr kann das ja nicht sein und jetzt kommt das interessanteste das Gehirn wurde heil das heißt der Fehler den man festgestellt hat in dem Fehler der Neurotransmitter reparierte sich es ist völlig unklar warum wir wissen das aber für jeden anständigen vernünftigen westlichen Materialisten ist das nicht einzuordnen es würde nämlich heißen dass die Gedanken oder und ihr hört dann die 50 Verse dadurch dass ich es nicht ausführe verändert sich selbst die materielle Basis das ist unsere Chance dadurch dass ich nicht meinen Ärger ausdrücke verändert sich verändern sich die angelegten konditionierten Bahnen das Gehirn beginnt sich an diesen Stellen zu reparieren und eines Tages ist es weg ich kann gar nicht mehr anders ist zwar peinlich Freunde erkennen mich nicht wieder bisher hast du an der stille immer gebullt dann sage ich ja aber ich weiß nicht das habe ich wohl vergessen wie oft frage ich Menschen was hast du denn gemacht dass es jetzt nicht mehr da ist wenn jemand wirklich lange gut praktiziert der kann mir nur sagen ich weiß es nicht es ist weg aber das Geheimnis habe ich euch heute verraten deswegen habe ich hier gesessen so aufwendig das Geheimnis ist reines Bewusstsein das Geheimnis ist im Kontakt zu sein mit diesem ich weiß ganz wach ganz offen ganz da immer wieder immer wieder wenn wir achtsam gehen wenn wir achtsam sind achtsam unser Geschirr spülen achtsam essen und ich weiß was nicht alles ist das die einzige Chance dass wir dann eines tages plötzlich nach innen springen und dann ich weiß dass ich spüle und plötzlich ist das spülen draußen und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt und deswegen ist die Praxis der Achtsamkeit so wichtig aber aber die Praxis der achtsamkeit ist nur deswegen wichtig weil wir im täglichen üben im konstanten üben in uns das reine Bewusstsein wachsen lassen und kultivieren es reicht nicht das in der Meditation zu tun in der Meditation in der stillen Meditation haben wir die größte Chance und deswegen legen wir im Buddhismus auch so viel Wert auf diese stillen Meditation auf die Achtsamkeit auf den Atem Meditation und ähnliches mehr wir werden ja nicht von außen angetriggert es sei denn durch eigene Gedanken auch noch aber sonst ist ja keiner da der uns ärgert ich habe also eine gewisse Chance eine Geisteskraft zu kultivieren aber die muss ich natürlich in mein tägliches Leben bringen und das kann ich so nicht in dem Moment wo ich vom Kissen aufstehe ist die weg die bleibt da also muss ich sie wieder ankoppeln an die Achtsamkeit nicht üben immer wieder üben und dann irgendwann ist sie plötzlich vom Kissen da im täglichen Leben und dann ist es draußen und dann brauche ich mir nicht mehr die Hände waschen die sind nämlich schon sauber habe ich das deutlich gemacht habe ich deutlich gemacht wie wichtig die Praxis der Achtsamkeit ist gut danke das war jetzt ein schöner Abschluss danke danke